Willkommen zum Tages-Evangelium. Im 15. Kapitel bei Johannes heißt es, aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das Wort hassen wird dann auch wieder oft missverstanden, wie auch das Wort Liebe. Ja, hassen kann auch wirklich sein, emotional und da ist richtig Gegnerschaft angesagt, aber hassen heißt zunächst einmal, die Welt erkennt nicht das, was in euch wirklich zentral ist. Die Menschen wissen gar nicht, was euer echtes Anliegen ist und wenn ihr mit mir lebt, wenn ihr mit mir lebt und freundlich seid, wo andere denken, hä, warum ist denn er noch freundlich? Wenn ihr mit anderen lebt und die Hand zum Frieden ausstreckt, wo andere sagen, wieso tust du denn mit dem jetzt nochmal neu anfangen? Dann können sie es vielleicht gar nicht erklären, aber sie wissen innerlich ganz genau, ich tue es, weil ich die Auferstehung Jesu leben will, den Neuanfang leben will, weil ich diesen Heiligen Geist zur Geltung bringen will, der auch das Kaputteste in dieser Welt neu kreieren kann und daraus etwas Neues schaffen kann, an das vieles Nachdenken uns vielleicht gar nicht daran führt. Ich wünsche ihnen diese Aufmerksamkeit heute, dass sie, wenn sie mit Leuten reden, dass sie dann ruhig mal sehen, wie die ein bisschen staunen, wie sie so sind, so freundlich, so friedlich und dass sie dann noch ein bisschen lächeln, ja, ihr wisst noch nicht, dass Jesus in mir gerade aufersteht. Es segne sie, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.